So Leute, wir haben gesagt, in der letzten Folge haben wir ja so ein paar Sachen unter Drehzulein gelöst. Und jetzt ist es dabei, jetzt müssen wir den Kristall da aktivieren und das werden wir jetzt tun. Warum, Herr Hoxton? Keine Ahnung, weil da sind wir... Weil wir sind die... Die Strange Brigade! So kommen sie ran. Eieieieiei. A picturesque pool, how quaint. What secrets lie within, one wonders. Scheiße, man kann nicht gut. Also aufs Herz! Sinister Skeletons! Well, this certainly is a boom-chilling turn of events! Ähm... Die Skelett-Krieger, sie wollen die annehmen? Kommt sie mal zurück! Kommt sie zurück! Ja... Kommen sie hier hin! Dann schießen wir auf das Ding, dann werden sie ein bisschen gestreckt zur Tür. Oh, da zum Beispiel. Zack! Jo! Ja, die fallen ja schnell rum, ne? Aua! Aua! So schnell fallen die gar nicht um! Stell dich gerade fest! Die machen was zu wollen! Oh ja, die klettern sogar! Aua! Oh, die klettern sogar, Herr Höchsen! Aua! Soll, lass sie mich hier alleine lassen! Finde ich halt total gut! Lass sie mich nicht alleine! Ich muss hier an einer anderen... Anderer Front kämpfen! Oh, das tun sie! Ach! Der ist doch wieder bei mir! Die müssen auch dann her schießen! Wenn dann her... Ich brauche erst mal Munion! Ach man, ey! Ich bin ewig alleine hier! Ewig! Ewig alleine! Ja, warte hier wieder rum! Ewig! Ich will sie alleine sein! Ich will sie alleine sein! Gerade richter sich noch auf, dass ich zu nahe war irgendwie so... Aua! Die, 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 die... Die, die, die... Die, die, die... Die, die... Die, die, die... Die, die, die... Die, die, die... Die, die, die... Oh! Oh! Find ich ja wahnsinnig interessant! Schieße auf das Herz! Ja, schieße auf das Herz! Immer auch schön auf die Herzen schießen! Mein! Die sind alle her! Weil, wenn du nicht auf die Herzen schießt... Dann stehen die wieder auf! Dann kommen die wieder! Ich verstehe! War's das schon? Ah, da ist noch einer! Ah, da kommt wieder! Hallo, Freunde! Der gepflegt... Zahle! 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 Dieser ist emotional! Ey, woher kommen die denn hier? Das ist noch einer hier? Da kommt noch mehr! Ja, hab ich gehört! Immer auf das Herz! Oh, die kommen ja immer wieder! Ja! Ja, dann hat hier was für die komischen Ruhe gezogen! Was für ein Ding? Kuh, ich hab mir Aua! Wie hinter dir? Ja, dieses rote Teil da oben! Dann schieß doch da drauf! Hab ich ja schon versucht, das geht aber nicht! Ja, ne, schon! So werden wir keine Ruhe haben vor dem! Scheiße! Nächste Welle! Oh, das ist ne große Welle! Ich brauche Munition! Leute, Leute, Leute! Wie viele Wellen kommen denn da? Wie schmeißt man die Granate nochmal? Mit Space! Äh, mit Schiff! So geht das nämlich auch! Die Simoni weg ist! Genau! Ah, jetzt ist der Ding aus! Ich hab da mit nem Explosionspfeil draufgestellt! Naja, das ging von alleine aus! Ach so! Ja, gute Arbeit geleistet! Ja! Obwohl sie nicht zwischen mich ein bisschen in die Hose gekackt haben, aber dann warum? Alter, das war meine Hose, ja! Oh, da läuft wieder einer! Wer ist Ellen? Oh, denn? Wer war Ellen? Der geht doch noch rein! Dann siehst du ihn! Ja, der ist hier drinnen! Wenn du auf E drückst, kannst du ihn umhauen! Machen sie doch! Ja, wenn er kommt! Ich bin im Business! Wo ist der Typ denn? Ja, ich bin im Business! Hast du das Buch hier gefunden? Ja! Gut! Der Checkpoint, ne? Kann ich mal so sagen! Ja, Checkpoint ist hier! Wir gehen mal weiter! Wo ist er denn? Ah, ich hab's! Ah, ich hab's! Komm her! Du rennst ja immer dran vorbei! Zwei! Zwei von Sechs! Der Biest! Ich hab zwei! Ich auch! Wie jetzt? Die haben auf ihn gemauelt, dass sie ihn nicht gekriegt haben! Oh nein! Schon wieder die Skirka! Ja! What a horrible, skin-trawling state of affairs! Nein! Komm zurück! Ja, diese Kinder sind scheiße! Komm zurück! Die kommen! Verbrennen wir sie? Ja, natürlich. Dann gehen sie mal weg da. Oh, da kommt noch zwei. Burn, baby, burn, burn. Die kommt trotzdem durch, ne? Da kommt noch mehr. Vorsicht. Mann, wenn ich Vorsicht sag, was verstehen sie nicht? Ich habe keine Flasche mehr. Ich bin am Arsch. Oh, ich habe hier noch was. Ich brauche eine Flasche, warte. Komm mal her. Ich kann nicht zu Ihnen kommen. Da ist keine Flasche mehr. Mann. Warum pflückt nicht hier einfach eine Flasche? Ich habe kaum noch Energy. Was ist das denn hier? Kann man da rein? Kann man was holen? Komm mal gucken. Ja, was denn? Da, gucken sie zwei rote Augen an. Da sitzt er abschiebt, oder? Äh, was ist das denn? Ja, cool. Sieht gut aus. Ja, da müssen wir die wohl alle verbrennen, die Kollegen, die hier so kommen. Ich gehe noch mal rein. Hm. Keine Sklarabäen mehr. Keine mehr, okay. Sie können also kommen. Ja. Hallo. 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 Oh. Scheiße. Ist das geil. Die kommen ja doch. Ah, super. Ah, die kommen. Ja, lass doch mal ein bisschen an die Lampen hier sind, dann machen wir sie doch mal. Aber die kommen nicht. Ne, die sind im anderen Bereich. Ah doch, die kommen, die kommen, die kommen. Die kommen doch runter weg. Oh, komm doch da weg. Ja, du hast hier vorne geschossen. Ja, natürlich. Ich glaube, da hat nicht viel Sinn, wenn sie... Da kommen wieder welche. Ja, super. Ja, wir werden uns wohl da durchquälen müssen. Na, klasse. Da kommen wir noch mehr. Ja, 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 ja. Ja, da müssen wir da rein und müssen das beenden hier irgendwie. So sieht das aus. Aber ich habe keine Energie mehr. Ja, aber ich habe was anderes. Warten Sie mal, ich gehe da mal. Ach, die kommen alle wieder. Oh, Mann. Sind immer weniger geworden. Oh, nee. Hier vorne. Von wegen. Ich bin gleich dort. Die fliegen sogar. Weniger geworden, dachte. Warum machst du? Da ist doch keiner. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, du siehst das doch, ob da einer ist. Nein, ich bin um der Ecke hoch. Ach ja. So, dann gehen wir nochmal mit da da rein. Ich lasse die jetzt auch da rein. Weil da ist so ein Schalter, den müssen wir ausschließen. Ja, dann los. Dann renn doch da hin. Da drei Stücke. Das ist so ein Schalter. Oder auch nicht. Scheiße. Ah, da ist eine Flasche. Das ist so ein Schalter. das ist dahinten das nest ja jetzt kommen wir ja die kommen ja wieder jetzt alle oder lässt es dauern kommt zurück oh ja ich hab da mit dem brennenden mit den explodierenden pfeil drauf geschossen ja oder ob ich ja da kommen welche durch bleibt sie doch war ruhig normalerweise kommt wieder welche au ja au die nehmen die ganze energie wo schießt du denn hin da ist doch niemand so jetzt geh ich aber da durch das nest müsste kaputt sein ja aber dann dürften ja keine weg oh die kommen wieder komm sie zurück komm sie zurück komm sie zurück hä ja weil sie nicht von der strange natürlich bin ich doppel und dreifach bin ich jetzt renne ich da rein und mach jawoll jawoll oh nein kann ich nicht kann ich nicht die kommen die kommen ja wie lange kommen die denn wir haben das nest kaputt gemacht noch mal da rein wir müssen da rein da bringt alles nichts passen sie auf sie bleiben hier ich renne da rein ich renne da rein und schieße noch mal auf das nest mit dem explodierenden pfeil ja also da kommen immer mehr ja eben gibt es denn da hinten noch eine möglichkeit weg zu rennen vor denen ja die kommen ja von da oben pass auf da kommt noch einer ah egal ja da kommen ganz viele hier bleib da wo du bist die laufen die hinterher gerade ich bin leider tot aber du kommst ja gleich wieder ne du musst nicht hallo helb mir helb mir ich will hier raus wer kommt denn da raus schnell hier raus ah ich weiß was denn da ist doch noch so ein Ding ja ja da sind noch mehr ja ich bin auch gleich tot aua ich auch ah die kommen immer wieder aua wann ist das denn ich bin auch gleich tot ich auch bei mir fehlt auch nicht mehr viel wo ist denn hier Manni 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 hier war doch irgendwo Muni hier hinten ne war hinten hinten ja Muni was das gibt's doch gar nicht wer erwischt mich denn da immer ja das ist doof ich hab nur noch ein Ding und da bin ich tot ja ich weiß dort nicht mehr lange ja ist bei mir nicht anders Herr Hoxton da krabbeln immer einzelne hier rüber ja das war jetzt unnütz da kommen sie wieder da kommen sie wieder ich wollte grad ne da ist keiner doch die waren unter ihren Füßen schon ich wollte da gerade reinrennen ja aber die können nicht da reinrennen weil die kommen da ja nehmen wir den rechten Gang ah 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 toll wo bist du denn jetzt ah super sagt aber auch nichts naja Leute egal wieder in die Lobby warte nein wir machen den Checkpoint neu starten achso Checkpoint achso nicht in die Lobby ja ja ich würd mal sagen Leute äh wir sehen uns beim nächsten Mal meinen sie ja ja ist kürzer als gedacht heute mal nein komm wir machen nur einen Versuch oder wir haben ja gesehen wir müssen da ich hab ja grad den den Stinkefinger gezeigt was den virtuellen hab ich gesagt ja 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 da war ne Mietekatze ja die hat mich geaut wo ist sie? da ist sie? aber die wurden nochmal gefehlt jetzt kommt nochmal das Video ja wir müssen auf jeden Fall auf die Dinge schießen das steht schon mal fest ah was war das denn? wenn du bis hier oben raufläufst dann kann dir nichts mehr passieren ja dann hauen die nämlich wieder ab da da kommen sie alle gibt's da keinen anderen Weg für? au warum? das kann doch jetzt nicht wahr sein jetzt soll ich da hinrennen jetzt soll ich da hinrennen? ach hier bist du drin da ist ja gut ah ja danke ja das äh sehr gerne let me out let me out let me out let me out weg 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 so ich bin da bis hier hin und drehen die wieder um und hauen ab das heißt du kannst dir einiges sparen oder auch nicht ja oder auch nicht ja ja leute das wird man nicht gerade ein kleines problem ja das glaube ich auch brauchen wir vielleicht eine andere Waffe boah hab ja keiner oh die kommen schon wieder die kommen na hier kommen sie nicht mehr ne 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 schmeißt die runter was macht ihr denn ich dachte du schmeißt mit space ne granate ja nicht mit space mit schiff mit schiff ich schmeiße die dynamite out fire in the hole guck mal die kommen sogar von hier jetzt hm aber wir müssen dieses ding da zerstören das heißt wir müssen da einfach reinrennen und der granate guck mal von hier kommen die naja weg 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 komm doch da weg da ist noch einer ne da waren mehrere du stehst aber auch da anstatt hier zu ich hab die ich hab die nicht gesehen ich hab gesehen dass die hinten kaputt gegangen sind hier ist frei jetzt kommen sie wieder angerannt na so sieht das nix so wie das nix so schaffen wir das nicht ne okay so stehen wir hier stundenlang ja und kriegen das nicht geregelt ja ja leute ich würde mal sagen wir sehen uns im nächsten mal was das ist ja das ist ja das ist ja die andere trick dabei wir haben ja gesehen ach wir kommen nicht mehr zurück wieso kommen wir denn nix weil das der checkpoint ist achso dann geht es hier lang kann ich nur öffnen die laufen alle zu dir die sehen mich hier gar nicht da könnte ich die doch eigentlich kaputt machen jetzt ja machte kaputt warte die laufen alle zu dir schießt mal auf das ist alles schön jetzt kommt sie zu mir soll ich dich da jetzt rausholen könnte aber auch springen aber ist egal schlade noch mal den checkpoint bitte die leute das ist aber jetzt aber knackig sehr knackig aber ich sage jetzt mal die müsste ja dann hier sein ja die ist hier ne ja hier um die ecke hier war sie ja schieß 2 von 6 dann ändert sich ja nicht ach so das war die katze deshalb die roten augen ja leute ich würde mal sagen ich mache jetzt noch ein bildchen und dann war es auch ja und wir gucken in der nächsten folge das wir schauen mal in ruhe in der nächsten folge ob wir das geregelt kriegen oder nicht geregelt kriegen ganz genau und dann würde ich mal sagen ein foto habe ich gemacht und dann würde ich mal sagen wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut tschüss 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 tschüss